Der eine kehrt deinen Brut, der andere buchtet dich an. Das ist der Team. Ich bin hier. Special Agent Hooper. Das ist gut. Ja, du weißt. Und du willst den hier. Dennis Jefferson, Agnes Schiff. Du hast das 510 Motor Club. Bin dabei. Du hast hier noch 8 Jahre. Wir löschen deine Akte und deinen Namen. Ich sagte, bin dabei. Okay, du arbeitest jetzt für das Federal Bureau of Investigation. Ich hab nichts dagegen für das Gesetz zu haben. Wir haben einen Wagen für dich. Ich nenne dich.